Ich darf offiziell beginnen und begrüßen die Volleyballer des dritten Beach Cup, der Volkspark Zeitz. Bei wunderschönen Wetter heute, nicht so viel Sonne, es regnet nicht, was wir noch mehr. Gut, ganz kurz zu den Regeln. Wir spielen zwei Sätze bis 21 und es gibt keine Zwo-Punkte-Abstand. Das bedeutet Golden Bowl. Wer als erstes bei 21 ist, hat gewonnen. Es werden ja keine Körpertreffer gelohnt, ja? Gut. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist doch schon, das gibt es noch nicht. Das dritte Mal in Folge. Die Volleyballfreunde. Die waren wirklich gut. Kommt nach vorne. Das war für uns ein ganz toller Tag. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Vierter Fire Beach Cup 2015. Bis dahin, behaltet uns gut in Erinnerung. Alles Gute und Arriba. Alles Gute und Arriba. Bis zum nächsten Mal.